Heute möchte ich euch mal die Silhouette von Florenz zeigen oder zumindest die berühmter Gebäude und ihr seht schon wie man da den Fokus lenken kann und auch beschriften kann. Hallo ich bin Nadine von Aquasoft und vielleicht träumt ihr euch auch so gern wie ich immer mal in andere Städte. Viele von euch hatten sicherlich das Glück schon mal in Florenz oder in einer anderen Stadt mit einer ganz tollen Bausubstanz zu kommen. Auch hier in Potsdam häufen sich ja die schönen Gebäude und bei Florenz fällt es mir immer wieder besonders auf. Man findet da so schöne Bilder von der Kathedrale und auch der Abtei. Da dachte ich mir, ich zeige euch an diesem Beispiel einfach mal wie man quasi einen kleinen Scheinwerfer auf bestimmte Gebäudeteile richtet und passend dazu auch eine Beschriftung einfügt. Gehen wir das ganze doch mal Schritt für Schritt durch. Ich habe hier ein Foto, das zeigt ganz prominent die Kathedrale von Florenz. Im Hintergrund sieht man auch die Hügel, Wolken und drumherum die Stadt. Da hat man schon einen guten Maßstab, an dem man die beeindruckende Größe des Gebäudes erkennt. Vorne ist noch so ein Baukran, die sehe ich auch in Potsdam ständig. Also habe ich mich da mal nicht so sehr dran gestört. Das gehört irgendwie schon zum gewohnten Bild. Und jetzt seht ihr, dass hier so ein Kreis eingeblendet wird, der dann wandert und es erscheint auch passend dazu eine Beschriftung. Unser Kreis ist eigentlich eine Maske. Diese Maske sorgt dafür, dass das, was hier in dem Kreis drin ist, noch mal so eingefärbt ist. Jetzt seht ihr es vielleicht besser. Also der Kameraschwenk kommt ins Bild und jetzt habt ihr hier den Kreis über der Kuppel der Kathedrale. Und ihr seht dazu auch den passenden Text. Der Kreis wandert und ihr seht den Turm. Und jetzt wandert der Kreis und wird dabei etwas kleiner und dann seht ihr noch mal einen anderen Turm im Fokus. Und das Besondere an dieser Art der Maske ist einfach, dass ihr euren Zuschauern und Zuschauerinnen bestimmte Teile eures Fotos noch mal genauer zeigen könnt, noch mal genauer markieren könnt. Denn das ist ja eigentlich fast so ein Textmarker-Effekt, wo ihr einen bestimmten Bildbereich noch mal aufleuchten lasst. Und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch noch mal passend die Bezeichnung einblenden. Gerade so bei eigenen Namen finde ich es immer ganz gut, wenn man die nicht nur hört, sondern auch lesen kann. Aber genug der langen Vorrede. Ich klaue mir jetzt hier nur mal das Bild aus dem Beispiel. Lösche das hier. Und beim Bild lösche ich auch mal den Kameraschwenk. Den brauchen wir gar nicht zwingend. Was wir aber brauchen, ist ein Kapitel. Und wenn ihr jetzt hier mit so einem Bild arbeitet, ist es auch immer ganz gut, wenn ihr eine relativ lange Anzeigedauer habt. Denn ihr wollt ja das Bild wirklich eine Weile im Fokus haben und auch genug Zeit zum Erklären haben, genug Zeit zum Lesen der Beschriftungen. Ja, ich verzichte jetzt hier wie immer auf eine Einblendung. Aber wenn es für euch gut passt, könnt ihr natürlich eine reinnehmen. Das stört den Effekt jetzt wenig. Ihr habt ja gerade in der Vorschau gesehen, dass dieser Kreis einen Rand hat. Und das kriegen wir richtig gut hin mit dem Kreis aus dem Bereich Masken. Es gibt ja bei den dynamischen Formen die Ellipse. Die benutze ich auch ganz gerne. Aber hier bei diesen Formen habt ihr den Vorteil, dass ihr die behandeln könnt wie ein Bild. Und somit könnt ihr da auch Bildeffekte zuweisen. Ich ziehe jetzt mal den Kreis unter mein Foto. Und dann seht ihr ja hier dieses Pinsel-Symbol. Da klicke ich mal rauf. Da hat sich jetzt der Bildeditor geöffnet. Und ich kann hier auf den Reiter Effekte gehen. Und beim Plus füge ich dann mal etwas hinzu. Das heißt Kontur. Und da könnt ihr euch jetzt hier auch für eine Farbe entscheiden, die ihr gerne haben möchtet. Ich nehme hier mal so ein, war fast schwarz. Aber gehe dann mit der Transparenz ein bisschen runter. Und die Stärke möchte ich auch nicht ganz so hoch haben. Da nehme ich einfach 0,3 und mal gucken, ob das gut aussieht. Ich klicke jetzt mal auf OK. Und ich denke, das genügt mir so. Und jetzt mache ich es erstmal so. Ich lege den Bewegungspfad für meinen Kreis fest. Ich weiß schon, dass ich als erstes hier auf die Kuppel der Kathedrale schwenken will. Und ich würde jetzt erstmal so anfangen, dass der Kreis außerhalb des Bildbereichs ist und dann einfliegt und vielleicht etwas größer wird. Das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. Und jetzt möchte ich, dass der Kreis auch eine Weile stehen bleibt. Da habe ich mir hier die manuelle Eingabe eingerichtet. Wenn ihr die manuelle Eingabe nicht habt, dann drückt einfach STRG und M. Oder ihr könnt sogar auch doppelt einfach auf diesen Punkt klicken. Da müsste sie auch kommen. Und jetzt kann ich mir hier eine Standzeit aussuchen. Ich wähle mal zwei Sekunden. So, jetzt füge ich eine neue Marke hinzu. Und da weiß ich schon, dass der Turm hier, der Kampagne im Fokus sein soll. Und da mache ich den Kreis wieder etwas kleiner. Als Standzeit wähle ich hier einfach auch mal zwei Sekunden aus. Und zum Schluss soll auch noch der spitze Turm der Abtei im Fokus sein. Und auch hier gebe ich jetzt mal eine Standzeit von zwei Sekunden ein. Ich werde aber unten in der Timeline die Dauer, die Anzeigedauer auch noch an das Bild anpassen. So, jetzt habe ich die Stationen meines Kreises schon ganz gut drin. Ihr seht hier noch diese roten Linien. Die sind übrig geblieben von meinem Beispiel. Ich lösche die mal. Aber im Grunde genommen sind sie sehr praktisch. Jetzt ist es wieder so, alle die Stages haben, sind jetzt im Vorteil, denn ihr habt jetzt hier schon diese schönen Keyframes. Und da könnt ihr perfekt auch sehen, wann ihr den Text einsetzen müsst. Aber für alle, die Diashow haben, macht euch keine Sorgen. Wir gehen das jetzt auch mal so durch. Und zwar startet ihr jetzt mal die Vorschau im Layout Designer. Und dann drückt ihr immer die Leertaste, wenn der Kreis stehen bleibt. Seht ihr, in der Timeline habt ihr jetzt auch diese roten Linien. Und wenn man sich mal die Keyframes des Bewegungspfades anschaut, haut das auch so ungefähr hin. Natürlich geht es immer ein bisschen genauer. Ich schiebe das jetzt auch mal passend auf die Marken, auf die Keyframes. Aber es geht auf beiden Wegen und ihr könnt auf beiden Wegen euch die Markierungen schaffen. Wofür wir diese Markierung überhaupt brauchen, das seht ihr jetzt. Und zwar, wir brauchen ja unsere Bezeichnungen. Da hole ich mir jetzt mal ein Textobjekt und ziehe das direkt an diese Linie. Und ich weiß ja, dass der Kreis als erstes hier bei der Kuppel hält. Und jetzt mache ich es einfach so. Ich drücke Steuerung und ziehe mit der Maustaste nach unten. Jetzt habe ich den Text verdoppelt. Ziehe den hier hin. Ich mache das gleiche noch ein drittes Mal. Und dann ziehe ich den Text hier hin. Die genauen Bezeichnungen schreibe ich jetzt nicht nochmal auf. Da müsste ich nochmal Wikipedia bemühen. Ich traue euch einfach zu, dass ihr ganz gut selber wisst, dass man den Text dann auch noch ändern kann. So, jetzt haben wir eigentlich schon die grundlegenden Sachen vorbereitet. Das, was wir jetzt brauchen, ist die Maske. Und den Maskeneffekt, den ziehe ich hier unter den weißen Kreis. Also zieht euch den Maskeneffekt von der Toolbox in die Timeline und platziert ihn so, dass ihr hier diese durchgehende rote Linie habt. So. Und jetzt brauche ich nochmal das Foto hier, was ich hier oben schon habe. Quasi ein zweites Mal. Ich halte wieder die Steuerung-Taste gedrückt und ziehe das hier in den Inhaltsbereich. Und auch meinen Kreis brauche ich ein zweites Mal. Ich halte also auch hier nochmal die Steuerung-Taste gedrückt und ziehe das in den Maskenbereich. Loslassen. So sollte das jetzt aussehen. Ich gehe nochmal ein Stück hoch. So. Ja, eben als ich hochgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass ich mein Bild geklaut habe. Das ist jetzt nur im Maskeneffekt und nicht auch noch im Hintergrund. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich kopiere das und füge es nochmal ein, weil ich brauche es wirklich zweimal. Ich brauche einmal quasi das normale Bild und das hier noch ein zweites Mal, denn ihr habt ja gesehen, ich möchte quasi, dass das so orange aufleuchtet, sobald mein Kreis darüber liegt. So, jetzt habe ich es wirklich zweimal drin. Achtet einfach ganz genau drauf, dass ihr euch das wirklich auch in den Maskeneffekt kopiert und hier oben in der ersten Spur der Timeline habt. Manchmal passieren ja so kleine Fehler. So, aber weiter im Text. Wir brauchen jetzt den Lat-Effekt und den ziehen wir aus der Toolbox in die Timeline auf das Bild hier, das sich im Inhaltsbereich des Maskeneffektes befindet. Und da achtet ihr wieder drauf, dass wenn ihr den Effekt hier raufzieht, das so gelb umrandet ist, so gestrichelt. Dann loslassen. Und jetzt könnt ihr euch hier in der Galerie entweder einen schönen Effekt aussuchen. Oder ihr nehmt einfach den, den ich auch genommen habe. Ich glaube, ich habe den hier genommen, orange. Wenn der euch zu stark ist, könnt ihr die Stärke hier auch noch verringern. Und jetzt schauen wir doch mal, ob das schon so aussieht. Ja, Mensch, gleich beim ersten Versuch würde ich mal sagen, hat es doch relativ gut geklappt. Jetzt kann es sein, dass ihr das in euer Projekt integriert und euer Projekt vielleicht doch mal live zeigt. Es haben auch schon wirklich einige gefragt, ob man ein Projekt aus Stages oder aus Diashow über Zoom zeigen kann oder über andere Videokonferenz-Tools. Ja, natürlich, das kann man. Wenn ihr wollt, mache ich euch auch dazu ein Video. Ihr müsst nicht die Leute in eurem Wohnzimmer haben oder so. Die können auch von ihrer Couch aus einfach bei euch zugucken. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Aber ja, zum eigentlichen Punkt, den ich euch erklären wollte. Ihr würdet ja dann wahrscheinlich in den Vollbildmodus gehen und achtet dann einfach darauf, dass ihr hier auf Pause geht. Da könnt ihr es auch gut mit der Leertaste steuern. Wenn jetzt der Text erschienen ist, einfach nochmal auf die Leertaste gehen, das Anhalten. Und wenn ihr fertig gesprochen habt, dann könnt ihr nochmal auf die Leertaste. Dann bewegt sich der Kreis weiter. Ihr drückt wieder die Leertaste, dann bleibt er stehen. Und wenn es wieder weitergehen kann, drückt ihr nochmal die Leertaste. So müsst ihr nicht mit der Stoppuhr da sitzen und gucken, wie lange ihr für den gesprochenen Text braucht. Ihr könnt es dann einfach mit der Leertaste immer steuern und weitermachen. Also wie gesagt, wenn ihr dazu noch mehr wissen möchtet, wie ihr quasi über Zoom oder andere Videokonferenz-Werkzeuge eine Live-Vorführung macht, sagt mir das gerne in den Kommentaren. Dann würde ich mich damit nochmal wirklich eingehender beschäftigen und euch alle meine Tipps mitteilen. Oder vielleicht habt ihr auch selber Tipps dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch das schon gemacht haben. Ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst die anderen daran teilhaben. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne auch einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da. Da freuen wir uns immer sehr. Übrigens, wir haben vor kurzem erst die 5000er Marke geknackt. Das war ein echt schöner Meilenstein und die nächsten 5000 kommen auch bestimmt bald, wenn alle schön fleißig abonnieren. Ja, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.